Wir sind alle von Nicodemus Schuld überzeugt. Solange er aber nicht gesteht, haben wir nur eine Hoffnung, liebe Schämerin. Wenn du die anderen Menschen ansiehst, zeigst du ihnen all die Dinge, derer sie sich schämen. Du hast eine Gabe. Es ist keine Gabe, wenn sie vor mir Angst haben. Du wirst es erst verstehen, wenn du gelernt hast, wann du sie nutzen musst. Nicodemus fand man betrunken und mit einem Messer in der Hand. Das Blut der Opfer klebte an seinen Händen. Und wann nicht. Sieh mich an. Sieh mir die Augen, Nico. Ich kann seine Schuld nicht sehen. Er schämt sich für vieles, doch er hat seinen Vater nicht umgebracht. Kein aus seiner Familie. Mutter! Tina! Es bricht eine neue Zeit an. Ich herrsche jetzt. Ich werde das Volk befreien. Wir müssen hier verschwinden. Die Tochter der Beschämerin? Tsch. Die Beschämerin-Hexe stirbt. Wir brauchen das Volk auf unserer Seite. Gleich kannst du fliehen. Eure Unschuld muss bewiesen und Rakan entlarvt werden. Ja! Du bist unsere einzige Chance, Tina. Nein! Die Hüterin der Wahrheit. Die Saga beginnt demnächst im Kino. Ich kann mich nicht mehr. Oder machen wir mich nie. Die Hüterin der Wahrheit.